Fürstet die Macht der Schatten, bitte. Das war ein ganz schöner Kampf, also es sind da noch viele Minions dabei, da wo ich einfach die Hoffnung habe, die kill ich eh alle mit dem Q, aber ich mache jetzt noch die Raptoren, damit die Raptoren hier gut funktionieren und dann gucken wir mal, ob wir den Set setten können. Wo ist der hin? Oh mein Gott, Leute, was ist mit ihm passiert? Ich weiß nicht, ob der Typ hier ist. Wir probieren mal das lustige Bild, okay? Probieren wir mal das Spaß-Bild. Let's have some fun. Damage ist erstmal grundsätzlich echt nicht schlecht. Run! So, ja also das ist halt natürlich toxisch, da war ja auch ein Heel dabei. Predator habe ich noch, Guys. Predator is still available. Ich denke hier, ein mögliches Werkzeug. oh ho ho ha ha ha! Was ist das?! So, Trinny, oder das da? Ich glaube, wir gehen mal das da. Wir machen jetzt wirklich die full retard mode. Das ist halt wieder das perfekte Game für ein Defeat, Leute. Ja, ja, ihr schreibt es schon. Ich habe den Gedanken, lese es im Chat und es ist halt einfach auch die Bahn. Hallo. Tode besmightet. So. Das ist natürlich sehr, sehr nützlich, wenn man einfach eiskalt hinterher kann. Na gut. Wo ist er hin? Was tut er? Alter Schwede. Einfach rüberfahren. Jetzt kommt es immer ehrlich. Das ist ja übelwitzig. Ich soll häufiger auf Damage gehen. Scheiß aufs Tankbild. Das ist ja insane. Der Train of Doom. Das Problem ist, du musst halt die Camps machen. Ich würde übel gern da unten jetzt sofort sein. Weil ich mache halt keinen einzigen Drake. Aber ich bin halt komplett geboostet. Wollen wir Timo töten? Ich denke, ja, oder? Timo ist doch so ein richtiges Opfer. So. Hello. Okay. Also das war jetzt noch nicht der gesamte Schaden. Da geht ja noch mehr. Na, das war ja noch ohne Predator. Tutu. Halt, ich nehme mich noch mit. Einfach nur, wenn ich es kann. Oh, das ist halt dumm. Aber Seth werde ich jetzt jedes Mal so angreifen. Oh, shit. No. Oh, schade. Ja. Das ist natürlich jetzt relativ witzig bis hierhin. Oh, what? Outplayed. Scheiße. Das ist halt, als ich vor 3-Dot kam. Ah, schnell. Und dann trifft der exakt genug. Alter, well played. Bester Thresh EU. Das ist halt GG, na? Aber Seth. Seth ist the way to go. So. Na dann. Du, 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 du. Oh. Ah, okay. Du willst also meinen Bester mitspüren. Ich habe da einen Spell für dich. Der heißt E. Ich weiß nicht, ob der nochmal pushen wird weiter. Wenn ich ziehen... No. What? Bye. Oh, Alter. Ich komme nicht mal raus. Na. Es geht um... Oh, nee. Ich habe das Median getroffen. Also es gibt jetzt auch über 1400 Damage. Hab ich das gesehen? War das gerade 1400 Schaden? Wir probieren es nochmal gegen Seth. Wir sind quasi der Anti-Split-Push. Alter. What? Komm. Wir merken, dass ich mir halt nicht so viel aus. Tinkiness wurde hier nicht gebucht. What the fuck? Das ist ja übeldum. Hello. Warum setzt du denn deinen Schatten nicht zurück? Ach ja, aber du tot bist. Das ist wirklich Todes-Tod. So wie der Set jetzt. So. Das sind halt... Das sind halt die Sachen, die jemand beachten muss. Ich überlege, was passiert, wenn ich gegen den Turm meine. Ah, Alter. Wie lange der geführt ist noch. Okay. Das war natürlich jetzt nicht so kompliziert. So. Stormraiser. Habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gebaut. Musste ich aber noch nie bauen. Das ist ein viel Schatten. Oh mein Gott. Der hat noch Armor. Jetzt bin ich halt echt gespannt, was passiert. Ich habe ja natürlich jetzt noch nicht alles parat. Guck mal, aber nur so. Oh, wow. Oh, wow. Oh, die ist auch gut. Oh, ich bin durch die Box gelaufen, Leute. Das war ja noch mit dem Slow. Oh, scheiße. Ich gucke sie weg. Heal, wie? Heal. Braucht du ihn hier? Nee, brauche ich gar nicht, ne? Also, das ist so witzig. Jetzt hol ich mir noch einen roten Trank und dann gehen wir auf den One Show, Leute. Okay? Mehr, mehr geht nicht. Ich habe jetzt gleich alles zur Verfügung und dann will ich eh mal einfach nur rechts klicken. Und der hat hier, ich meine, der hat Omen. Der Lucian hat sich Omen geholt. Aber einige werden jetzt fragen, wie? Windows sagt, es ist ein Defeat. Sehr schön. Sehr schön. Das war doch ein gutes Aufwärmsspiel, Leute. Da will ich mich auch wieder.